Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktien-Show. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um Siemens, um Siemens Gamesa, um Amazon, um BYD und natürlich noch ein paar andere. Wir fangen jetzt aber direkt einmal an mit Deutsche Wohnen und Vonovia. Das habe ich gerade nicht erwähnt, aber die sind trotzdem sehr spannend. Tatsächlich gibt es ein neues Übernahme-Angebot. Wir haben ja letztes Mal schon ein Angebot gehabt. Das wurde ja nicht angenommen, beziehungsweise von den Aktionären nicht angenommen. Man ist nicht über die 50%-Schwelle gekommen, über die man bis zum Fristtag hätte kommen müssen. Jetzt macht man ein neues Angebot. Eigentlich hätte man dort eine Ein-Jahres-Frist einhalten müssen. Beide Parteien sind sich aber dort einig, dass dieser Zusammenschluss perfekt für beide halt wäre. Dementsprechend konnte man das jetzt ein bisschen, ich sage mal, umgehen in Anführungszeichen. Das neue Angebot beträgt tatsächlich 53 Euro je Aktie. Und die neue Übernahmefrist endet am 20. September 2021 natürlich um Punkt 24 Uhr, also der komplett abschließende Tag der 20. September. Dieses Mal wird es natürlich wieder interessant. Letztes Mal haben schon viele Aktionäre darauf spekuliert, dass es nochmal ein höheres Angebot gibt. Jetzt gibt es tatsächlich dieses höhere Angebot. Und es wird jetzt spannend, ob man jetzt über die 50% kommt. Das wird jetzt sicherlich erstmal schleppend anfangen, so wie es halt meistens ist. Das heißt also erstmal wird man nicht so viele Prozente zusammenbekommen und das wird dann gegen Ende natürlich um einiges schneller werden. Dazu hat man sich auch nochmal geäußert, gerade was natürlich auch Fonds angeht. Denn die sind so ein bisschen gegen oder spielen ein bisschen gegen Vonovia bei der Übernahme von Deutsche Wohnen. Ganz einfach, weil die erst über 50% agieren dürfen. Heißt also, man muss jetzt im Prinzip mit den normalen Aktionären klarkommen. Mit den Fonds kann man dann in dem Fall erst zu einem späteren Zeitpunkt rechnen. Bei 53 Euro je Aktie wäre Deutsche Wohnen übrigens knapp 19 Milliarden Euro wert. Also man hat hier nochmal ein sehr, sehr gutes Angebot im Prinzip aufgefahren. Letztes Mal Deutsche Wohnen ist ja schon relativ stark angestiegen in Richtung des Angebotspreises. Jetzt gerade sehen wir natürlich auch wieder eine Anpassung. Vonovia hingegen natürlich leicht unter Druck, wie man es so kennt. Nächstes Thema ist dann Sixt. Kennt ihr vielleicht den Autovermieter? Die wollen jetzt aber noch in eine andere Richtung gehen. Nicht nur Autovermieter, sondern die möchten jetzt Geld in Ladesäulen investieren. Nicht nur in eigene, also nicht nur in private, sondern auch in öffentliche Ladesäulen, wo man dann so auch ohne jetzt bei Sixt zu sein oder ein Leihfahrzeug zu haben auch laden kann. Dafür möchte man jetzt 50 Millionen Euro investieren. Und auch dort wird es sehr interessant, ob man diesen Ausbau dann schafft, ob man vielleicht so ein bisschen in Richtung dieses Ladenetzaufbaus sich jetzt auch rein investieren kann. Letztendlich gibt es noch nicht so viele Ladenetze. Oder das Ladenetz in Deutschland ist noch nicht so gut ausgebaut. Und wenn man da jetzt vielleicht Vorreiter ist, auch als Autovermieter, natürlich profitiert man dann davon mit. Aber da kann man natürlich auch von anderen, ich sag mal, noch einen größeren Umsatz und Gewinn selbstverständlich dann gleichzeitig auch mitnehmen, weil man halt einfach schlichtweg da ein bisschen voranläuft und dort dann vielleicht sogar noch eine kleine nette Position einnimmt, was die ganze Ladestation und Ladetechnik und so weiter angeht. Außerdem hat man nochmal über das autonome Fahren diskutiert bzw. gesprochen. Und dort geht es darum, dass man sagt, ja, das autonome Fahren hat halt Vorteile auch für uns, was natürlich den Autovermieter selber angeht, weil man halt dann dementsprechend auch autonome Autos vermieten könnte. Aber auch vor allen Dingen in Spezialisierung in Richtung Reparatur, Reinigung und so weiter. Dort verspricht man sich also auch relativ viel. Dementsprechend also geht es gerade relativ gut für die Aktie, einfach auch wegen den Gesprächen, wegen den Interviews. Dort schaut man also sehr schön in die Zukunft oder sehr positiv in die Zukunft. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man davon jetzt tatsächlich umsetzen und was halt dementsprechend nicht. Nächstes Thema ist Amazon, denn Amazon möchte jetzt gerne auch in die Quantencomputer investieren bzw. selber welche haben. Dort geht es vor allen Dingen natürlich um AWS, also Amazon Web Services ist letztendlich natürlich eh die gleiche Aktiengesellschaft, deswegen spielt das keine Rolle. Aber man hat sich dazu geäußert, dass man jetzt eigentlich immer natürlich das bieten möchte, was die Kunden haben wollen. Dementsprechend nicht so weit in die Zukunft geht, was Investitionen angeht. Also immer, ich sage mal immer, so eine Direktverbindung zum Kunden haben. Das, was der möchte, das bietet man dem. Was jetzt die Zukunft angeht, ist man da nochmal ein bisschen zurückhaltender. Jetzt hat man sich aber trotzdem dazu geäußert und man würde gerne in diesen Bereich einsteigen. Hat natürlich auch vor allen Dingen für AWS sehr, sehr viele Vorteile. Deswegen wird es auch in dem Bereich spannend, wie viel Geld man jetzt eigentlich investieren wird. Das wurde im Übrigen nämlich noch nicht gesagt und wie das Ganze dann später aussehen soll. Bei dem Ganzen geht es um ein internes Projekt und das heißt also, man hat aktuell keinen außenstehenden Firmen dazugenommen. Man möchte jetzt sowohl den Algorithmus, also die Software, als auch den Quantencomputer selber bauen, das Ganze also in eigener Hand haben. Und das, finde ich, macht das Ganze noch interessanter. AWS, meiner Meinung nach zumindest sowieso sehr interessant, auch auf längerfristige, damit halt zusammen natürlich mit Amazon, auf längerfristige Basis. Und damit macht man sich natürlich in dem Bereich jetzt auch noch interessanter, als man sowieso schon ist. Wir bleiben jetzt mal bei Amazon und kommen aber gleich zur nächsten Nachricht. Und dort geht es um Experten- bzw. Analystenmeinung, was denn eigentlich Amazon Streaming angeht. Denn man hat nochmal darüber gesprochen, wie ist das eigentlich mit Amazon im Gegensatz zum Beispiel zu Netflix. Netflix ist die absolute Streaming-First, das heißt also, das ist deren Haupteinnahmequelle, ist bei Amazon natürlich nicht so. Und da hat man nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, ist also sehr, sehr spannender Artikel eigentlich, weil man im Prinzip einmal gesagt hat, letztendlich ist es so, Amazon interessiert dieses Streaming nicht so stark. Aber man hat mit dem Gesamtkonstrukt einfach eine Verbindung. Das heißt also, wenn man zum Beispiel positiv erwähnt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass Leute zum Beispiel bei Amazon einkaufen. Auch wenn es gar nicht den Streaming-Dienst angeht, sondern andere Dinge bei Amazon kaufen. Es geht dort um das Prinzip, letztendlich ist das so ein bisschen, so wie wir letztens auch schon mal drüber gesprochen hatten, bei Beyond Meat, bei der Publicity, dass es sehr, sehr positive Nachrichten für sie sind. Beziehungsweise man sie einfach positiv im Kopf hat und genau das versucht man wohl so ein bisschen auch zu erreichen mit dem Streaming. Das heißt also, man ist jetzt vielleicht nicht gerade der absolute Vorreiter, was das Streaming angeht. Auch wenn man da natürlich sagen muss, man investiert schon relativ viel Geld ohne Frage. Aber trotzdem ist man nicht der ganz große Vorreiter, aber trotzdem lohnt sich das ganze Geschäft für sie. Auch wenn sich das Streaming, beziehungsweise auch wenn das Streaming vielleicht gar nicht profitabel ist, ist dieses Gesamtkonstrukt sehr, sehr wichtig für Amazon. Kommen wir mal zu Daimler, beziehungsweise genauer gesagt Daimler Truck. Die werden ja abgespalten und es ist so, dass man sich jetzt auch nochmal zu den Daimler Trucks geäußert hat. Und zwar im Gesamten dazu, wie es eigentlich jetzt mit den Diesel-Trucks weitergeht. Dort hat man gesagt, dass man schätzt, dass zwischen 40 und 60 Prozent der Trucks bis 2030 schon klimaneutral sind. Die EU-Ziele sind dort im Übrigen knapp bei 30 Prozent bis 2030. Das heißt also, man wäre sogar über den politischen Zielen. Dazu hat man sich geäußert, auf der anderen Seite hat man gesagt, die Spanne ist relativ groß. Das hat auch einen Grund. Punkt 1, man weiß nicht, wie dieser Strompreis ist oder wie dieser, aber wie der Strompreis bis dahin ist. Das heißt also, wie profitabel das Ganze dann eventuell auch ist oder nicht profitabel. Und natürlich auch das Gleiche nochmal beim Wasserstoff. Das heißt also, Punkt 2, man hat auch nochmal über die Wasserstoffpreise geguckt, gesprochen. Die sollten ja günstiger werden insgesamt. Die Frage ist einfach, wie schnell geht es, bis diese Preise günstiger werden bzw. bis die Preise nach unten hin angepasst werden. Und dementsprechend kommt das ein bisschen darauf an, wie hoch denn jetzt tatsächlich die Quote zum Schluss sein wird. Man hat sich aber sehr positiv gegenüber dem Ganzen gezeigt und auch nochmal sehr positiv erwähnt, dass man auf jeden Fall über den politischen Zielen sein möchte und auch höchstwahrscheinlich sein wird. Und dementsprechend auch hier mal ein positives Zeichen von Daimler Truck, auch jetzt gerade vor der Abspaltung. Kurze Info dazu nochmal, für die, die es nicht wussten, am 1. Oktober ist tatsächlich die Versammlung, bei der die Aktionäre das Ganze dann abnicken können, dass Daimler Truck dann als selbstständige Aktie an die Börse kommt oder halt dementsprechend nicht. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar ein sehr kurzes Thema, Foslo AG. Die profitieren aktuell von im Prinzip vielen Trends. Insgesamt ist es jetzt gerade ein sehr, sehr positiver Trend und sie profitieren heute nochmal außerordentlich selber. Dadurch, dass das Bankenhaus Metzler, kennt ihr vielleicht noch, letzte Woche Harpag-Leut, haben sie das Ziel runtergesetzt. Bei Foslo haben sie das Ziel jetzt aber raufgesetzt. Neues Kursziel ist 56 Euro mit einer Kaufempfehlung. Dort hat dann dementsprechend, wie ich gerade schon erwähnt hatte, Foslo relativ gut reagiert und positiv reagiert. Also nimmt den Trend jetzt so ein bisschen mit und das Ganze nochmal als kleiner Schub von hinten dazu. Bei der nächsten kurzen Nachricht geht es tatsächlich um Siemens und zwar Siemens Energy. Die stellen ja Gasturbinen her und das auch unter anderem in Berlin. Dort sollen jetzt Arbeitsplätze gestrichen werden. 3.500 Arbeitsplätze hat man dort aktuell, zumindest insgesamt. Und es sollen 750 dieser 3.500 Stellen gestrichen werden. Dementsprechend zumindest ist das der Plan, dass man vor einem Hotel demonstriert. Außerdem hat die IG Metall nochmal angekündigt, dass man zur Not dann eventuell auch streiken wird. Dort ist es aber einfach schlichtweg noch so, dass man aktuell keine Vorstellung wohl hat, wann das Ganze passieren wird. Das heißt also, das ist noch relativ ungeplant. Das sind erstmal relativ lose Aussagen, aber zumindest demonstriert man jetzt erstmal vor dem Hotel, in dem die Tagung stattfindet, gegen diese Stellenentlassung. Ob das Ganze jetzt stattgefunden hat, die Demonstration, kann ich leider nicht sagen. Ich nehme das Video davor auf, aber zumindest sollte das heute stattgefunden haben, wenn ihr das seht. Kommen wir zum nächsten Thema und das interessiert jetzt wahrscheinlich wieder sehr, sehr viele und zwar BYD. BYD möchte ja gerne Semiconductor, also BYD Semiconductor an die Börse bringen und das hat sich jetzt gerade verzögert. Das liegt aber zum Glück nicht am BYD selber, das heißt also, man hat da jetzt nichts in dem Sinne falsch gemacht, sondern man hat sich von einer Kanzlei beraten lassen. Kanzlei, die auch zum Beispiel Billy Billy bei dem Börsengang schon beraten hat. Und gegen die gibt es hier nun gerade Ermittlungen und dementsprechend wird man das Ganze erstmal canceln. Das heißt also, diese Kanzlei hat BYD im Prinzip nur bei dem Börsengang beraten und dadurch, dass jetzt Ermittlungen von chinesischer Regierungsseite aus gegen diese Kanzlei gestartet wurden, wird man erstmal alles auf Eis legen, was mit denen zu tun hat. Offensichtlich dann auch unter anderem der Börsengang von BYD Semiconductor. Da die Investoren aber eh nicht so begeistert sind, um das mal so zu sagen, von dem ganzen Plan, unter anderem ist es auch so, dass natürlich BYD Semiconductor Geld einbringt, allerdings bekommen die Aktionäre im Übrigen keine Aktien. Das heißt also, BYD Aktionäre bekommen keine neuen BYD Semiconductor Aktien, sondern man müsste die halt nochmal selber separat dazu kaufen. Und da waren die Investoren eh nicht ganz so grün mit. Dementsprechend sehen wir heute auch, trotz eigentlich einer schlechten Nachricht, dass BYD dann tatsächlich das Ganze verschieben muss, sehen wir also ein Plus bei BYD, wie lange dieses Verschieben jetzt geht. Das heißt also, wie lange dieser Börsengang jetzt nach vorne verschoben wird, kann man aktuell nicht sagen. Es kommt wahrscheinlich so ein bisschen auch darauf an, was jetzt mit dieser Kanzlei los ist. Und ich sage immer nur die Kanzlei, es handelt sich dabei natürlich um Beijing Tian Yuan. Diese Kanzlei, die wird vielleicht dann sogar angeklagt, kann natürlich sein. Ich könnte mir gut vorstellen, zumindest persönlich, dass wir dann darüber sprechen, dass man sich neu beraten lassen muss bei BYD, vielleicht bei einer anderen Kanzlei. Heißt also, dass man dann andere Berater braucht, die das Ganze dann vielleicht nochmal gegenprüfen. Oder vielleicht kommt nichts bei diesen Untersuchungen raus. Heißt also, das Ganze ist alles in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht den Börsengang relativ schnell sehen werden. Das werden wir dann aber natürlich generell alle sehen, wie ich gerade schon gesagt habe, weil das gerade halt einfach relativ ungewiss ist. Man weiß auch nicht mal gegen, was die Regierung aktuell ermittelt, beziehungsweise die Aufsichtsbehörden. Dort wurde nämlich absolut nichts zu gesagt bisher. Man hat nur gesagt, dass man Ermittlungen gegen die gestartet hat. Dementsprechend ist dieser Börsengang jetzt erstmal auf Eis gelegt. Mehr gibt es dazu leider nicht an Informationen. Deswegen springen wir jetzt auch direkt mal zur nächsten Aktie. Und zwar jetzt geht es tatsächlich nochmal um Siemens. Siemens an sich, die Siemens AG. Und dort gibt es neue Nachrichten. Und zwar geht es dort um einen Auftrag von zwei Konverterstationen. Die wird Siemens nämlich bereitstellen. Insgesamt geht es bei diesem Gesamtprojekt, bevor ich das vergesse nochmal zu erwähnen, um Südlink. Und dort wird man also im Volumen von mehreren hundert Millionen Euro was dann auch mit dazu beitragen. Zu dem Projekt hat man sich dann selbstverständlich auch nochmal positiv geäußert. Insgesamt in die Richtung von, dass das Projekt natürlich sehr wichtig sei, auch für die Energiewende und so weiter. Heißt also, dort ist man jetzt auch relativ positiv gestimmt. Wer hätte es gedacht? Man kriegt ja auch relativ viel Geld dafür. Und das ist also ein relativ positiver oder sehr positive Nachricht eigentlich sogar für Siemens. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar Grenke. Grenke in Verbindung mit Via Fintech. Die werden nämlich verkauft. Grenke hat 25,01% Anteile an Via Fintech gehalten. Die gehen jetzt weiter an die Paysafe-Karte, Wertkarten GmbH. Die werden also an Sie verkauft. Außerdem ist es so, dass die drei Gründer ihre Anteile abgegeben haben. Und auch unter anderem ein japanischer Großinvestor. Daraufhin ist tatsächlich Grenke auch relativ positiv jetzt in den Tag gestartet. Geht dort um einen niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Gleich genaueres hat man dazu tatsächlich nicht gesagt. Das heißt also, das ist das Einzige, was man weiß. Ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag. Aber trotzdem hat die Grenke-Aktie sehr positiv reagiert. Das war es jetzt auch mit dem News-Video. Jetzt aber nochmal ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung. Ihr seht ja sicherlich das T-Shirt, was ich gerade anhabe. Und das AB, was hier drauf ist, ist tatsächlich auch gestickt. Es sieht sehr, sehr schick aus. Es ist auch sehr gut verarbeitet. Wir werden das tatsächlich bald anbieten. Also nur mal so als kleine Info, wen das dann interessiert. Und nochmal zu guter Letzt, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne natürlich auch abonnieren und liken. Da freuen wir uns immer drüber. Das jetzt aber auch genug mit Eigenwerbung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.